Der Kreisverkehr an der Nordstraße in Kamenz soll schon am 21. Oktober wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nach Abstimmung mit den bauausführenden Unternehmen wird am Freitag gegen 16 Uhr der Verkehr am Gewerbegebiet Alte Windmühle wieder rollen. Dem vorausgegangen war eine sechsmonatige Bauzeit. Planer und Bauunternehmen konnten die Umsetzung des Vorhabens zügiger als geplant fertigstellen, so die Stadtverwaltung. Bereits vier Wochen vor dem geplanten Fertigstellungstermin erfolgt nun die Freigabe.